Und ich mach mal wieder direkt weiter. Willkommen zu Tag 3 des SG-Marathon. Für euch wieder ein weiterer Tag vergangen. Für mich ungefähr, ja jetzt war es ein bisschen länger, jetzt war ich noch mal kurz im Ordner. Also kann man schon sagen, eine Minute. Wir spielen auf der Map High Rise. Und ich sag mal so, ich mach heute noch den dritten Tag. Mir kommt es die ganze Zeit so vor, als wenn heute Sonntag wäre. Aber es ist nur Samstag und gerade schön nochmal schwarz-weiß-blau einen Punkt gekratzt zu Hause gegen Bayern. Deswegen hab ich eh gute Laune. Und Sage kann nur gut werden. Ja. Kann sein, dass ich mich gleich müden muss, weil meine Eltern wieder kommen. Und dann sollte ich nicht vergessen, das rauszuschneiden. Also, das geht jetzt mehr an mich. Don't stop. War krass gerade mit dem Holzschwert, ne? Dass ich ihn gekriegt habe. Mich selbst ein bisschen gewundert. Und wir haben fast kein Essen mehr. Hm. So, vielleicht hab ich das jetzt gerade rausgeschnitten, aber vielleicht auch nicht. Ey man, ich brauch Essen. Also, wenn ich jetzt nicht gleich welches finde, krieg ich auf jeden Fall... Oh man, ich bin so gemein. Ach, ist ja nicht gestorben. Doch. Oh man. Das ist natürlich dann immer sehr gewagt. Also, ziemlich komische Map. Also, dass das jetzt nicht mehr eine Lieblings-Map wird. Könnte man sich vielleicht denken. Mann, ich will die abbauen. Ich glaub ich hab noch gar keinen von diesen Tagen. Ein Dingsschwert gehabt. Ein Eisenschwert. Oder Diaschwert. Okay, dass ich ihn jetzt nicht... Meine Fresse, das war jetzt mega schlecht. Ich treffe auf die krasseste Entfernung manchmal, aber sowas treffe ich nicht. Ja. Ja, da hab ich wieder getroffen, aber wenn nochmal 5 Meter vor mir steht, dann nicht. So, es leben noch 3 Gegner. Einer davon ist low, von daher... Gleich sieht das aus. Ich hab das Effektor-Rüstung. Also, alles im grünen Bereich. 8 Pfeile. Oh nein. Ich will wenigstens noch den killen. Ey, wie sieht beide auf mich gehen, ne? Egal, ich nehm die jetzt trotzdem. Ganz egal, weil... Also, juckt mich jetzt eh nicht so krass. Also, jetzt kommt die zweite hinten dran. Und die werden wir gewinnen. Bis gleich. So, dann schwimmen wir jetzt hijacked und hoffen, dass wir gewinnen. Gerade eben ein bisschen verkackt. Egal. Kann mal passieren. Und... Ja, das ist jetzt immer noch Tag 3. Alles an einem Tag. Ich denk manchmal dann auch erst mal ne Pause und mach dann morgen weiter. Ich hab am Morgen auch noch Zeit. Dann hab ich schon mal die Hälfte geschafft. Ich hab's gar nicht so deutlich ausgedrückt, aber ich glaub, ich mach dann von Montag bis Sonntag am besten. Ähm, weil sonst ist es ja keine richtige Woche. Äh, suboptimaler Start. Oh, doch. Nicht so. So, er hat mir nicht alle Rüstungsdinger gekriegt. Er hatte, glaub ich, auch noch ne... Ein paar Boots. Aber egal. Dann sind wir erstmal noch schulos. Kurzregen. Und dann gleich wieder ins Gefecht. Ja, okay. Kurz chillen. Drei Gegner noch. Wir haben immer noch keine Boots, ne? Der sieht uns bestimmt nicht hier. Da oben ist der andere. Die können sich auch mal gegenseitig bekämpfen. 30 Sekunden. Mann, als wenn ich keine Schuhe finde, Mann. Da. Ha. Okay, wer macht bitte nen Diabos-Panzer da rein? Okay, Jungs. Haut euch mal alle low. Kommt. Okay, das war jetzt eklig nochmal abgestaubt, aber es war nicht mehr Absicht. Jo, mich jetzt auch nicht so richtig. Wie gesagt, wir haben jetzt gewonnen. Ob wir jetzt die, äh, Schuhe noch gebraucht hätten, naja, wissen wir nicht. Und, ja gut, dann sag ich, wir sehen uns morgen bei Tag 4 vom SG Marathon. Bis dann, haut rein und ciao. Und vergiss nicht zu bewerten, das würde mich sehr freuen. Bis dann, ciao.